Lass die Jungs in der Reihe probieren. Das geht tatsächlich? Loll. Hey, ich wollte nicht eigentlich nur die Mini schicken. Boom. Haha, ich wollte es mal auf eine ganz andere Art machen. Ist nicht irgendwo Harley? Geknebelt ja, gell? Mhm. Hier ist ja der Hinweis, dass Talia eigentlich ein Doppelspiel gespielt hat, ne? Im Kesselraum eingeschlossen hat. Sage ist ja nicht! Aufhören! Was hast du? Und nochmal. Hallo? Was? Hat es dir Spaß gemacht, wenn... Wage es ja nicht? Mhm. Wenn du nicht sofort damit aufhörst, sag ich... Was hast du... Nimm dein Geschick sauer. Oh, noch einmal. Ist gerade so lustig. Aufhören! Wage es ja nicht! Mhm. Mhm. Das reicht! Wenn du damit nicht aufhörst, werde ich dir gar nichts mehr sagen. Was hast du... Okay. Oder hast du noch was zu sagen? Das reicht! Wenn du damit... Jetzt wiederholst du dich. Dann bleib's doch so. Mhm. So. Stimmt. Da war noch eine Nebenmission. Im, äh, äh, ähm... Keller beim Stahlwerk, ne? Das war... Das war... Das war doch da unten, ne? Da machen wir das doch. Das war ja irgendeine Freeze-Technologie zu können. ... der Call 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, dachte der will, dass Joker gewinnt? Dachte ich auch. Aber wär das nicht irgendwie verrückt? Wir gehen hier auf für ein Gefängnis aus... ... und dann... ... hier! Nö. Wo sind die hin? Direkt unter mir. Okay. Wo hab ich denn... ... eben bitte... ... die, diese verdammte... Okay, reicht jetzt. Wo hab ich denn diese bescheuerte, äh... ... Rauchbombe eben hingeschmissen? Mhm. Ja, okay, reicht jetzt. Was ist denn da draußen noch los, dass die... ... so eine Halligalli machen, Alter? Wie soll ich das für Harley finden, wenn wir hier im Aufzug festsitzen? Ich dachte, sie ist los, irgendwas von Freeze zu besorgen. Ja, aber sie war schon wieder auf dem Rückweg. Nach mir. Sie hat sich vermutlich verlaufen. Du weißt doch, wie sie ist. Immerhin sieht Jay jetzt wieder besser aus. Ja, Mann. Seit Wochen legt er in diesem kleinen Raum alle Ärzte um, die ihm nicht helfen können. Wir bewegen uns, Gott sei Dank. Wieso ist denn der Strom noch auf? Ist doch egal, wir bewegen uns. Wir fahren hoch. Wieso fahren wir hoch? Ich bin's nicht, ich mach nichts. So, ihr Herren, bevor wir beginnen, möchte noch einer aussteigen. Okay, reicht. Geht in keinem Raum? Okay. Bestimmt die Kopfschule angeschossen. Boom. So, dann lassen wir meinen Fahrschl wieder hochfahren. Ja, voll einer die Klatsche gekickt. Sag mal. Was war denn der Scheiß? Und dann sagte sie, das nehme ich auf keinen Fall komplett in den Mund. Echt witzig, Mann. Und was passierte dann? Hey Jungs, ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass ihr alle nach der blöden, hässlichen Fledermau suchen sollt. Mann, du musst deine Mutter wirklich gehasst haben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Sie hat den Braten nicht gerochen? Ihr blieb ja gar keine Wahl. Die eigene Mutter mit einem vergifteten Geburtstagskuchen umgebracht? Mann, und ich dachte, Joker sei übel drauf. Heiliger Scheiß, was höre ich denn da vergessen? Die ist voll in Action gerade. Ich sehe hier gar nichts, gell. Ey, beruhigt euch doch. Beruhigt euch doch mal. Warum regnet es jetzt hier? Ist halt das immer geregnet? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich bin gerade etwas verwirrt und irritiert. Ey, ich hab den Batarang geschmissen. Verarsch mich mal, ich werde jetzt von dieser Scheiß Gang hier platt gemacht oder was? Hört auf. Boom. Das war eben echt Mist. Muss schon so sein. So, hier sollte ich irgendwas mitnehmen. Und dann war hier nur... Ey, ist ja mal gut jetzt. Da ist die Freeze-Technologie. Aber es ist ja nur die Freeze-Kanate oder irgendwas. In der Richtung muss man es schon haben. Voll Latex Nation. Nein, dann kam ein Red schaffen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. LAUGHTER auch einmal mit dem lift wieder so der ist kaputt stimmt ich muss die anderen ohne mich jetzt hier aber zu softlocken jedoch war das jetzt wieder kettel und dann glaube ich mal heute ganz schön was geschafft in dem spiel lachen mit der schlägerei es ist ich meine wenn du so dringend geheilt werden willst dann ich muss dir wohl etwas respekt beibringen du kannst mir gar nichts beibringen komm schon im leben lernt man ständig etwas dazu heute lektion 1 den arsch versohlt zu bekommen es gibt haue und ich und dann wurde seine jungs dazu ok machen wir es so das ist ja wirklich bitte aufhören ich kann nicht mehr hast gewonnen hast mich versiegt Sekunde sagte ich mich ich meinte mich und diese jungs bring it die fahren jetzt aber noch mehr hier rein mach ich denn mach ich denn mach ich denn ich meine nicht dass er was mit einer anfangen kann aber ich kann was damit anfangen ich werde deine einzelteile im ganzen raum beschleun halt stehe während ich dein Gesicht in den Dreck stoße so jetzt sind wir im fokus refl mode jetzt wollen wir mal versuchen drin zu bleiben schiff shit das war knapp hey haben wir eine kombo abgerissen nur wegen diesem komischen ja reicht jetzt nur wegen dem lach kabinett hier das wird langweilig hey das wird ekelhaft schwer hier weil im passmodus so ne aber ok so 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 läuft das boom und boom und boom eigentlich eigentlich schon die division der karte viel viel besser als das was wir da bekommen bei dem challenge modus das wäre viel cooler gewesen mit jokers kommentaren und so nachgerissen also nachlieferungen an soldaten und den ganzen ähm einzelnen wagen wenn das so so gebaut wäre oder so generiert worden wäre beim challenge modus wenn ihr versteht was ich meine und 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 dann lass ich dich mal so umfahren hallo du wirst hier sterben du batman oh shit jetzt muss ich aber langsam aufpassen shit ok reicht mal klingen durch den ausstand zu mitnehmen he boom jay du bist der letzte pam ho 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 der ist aber quer mit dem raum geflogen hier und to call 10 boom wie gesagt ich weiß nicht wo die wo die aufnahmen davon hin sind von normalen durchgang ab hier hat sie wieder eingesetzt dann noch einen letzten wunsch wie wärs mit nem witz wie wärs mit nem handel lass ihn los nimm mich an seiner stelle ich bin hier für die witze zuständig talia was soll das ich repräsentiere den großen ras al ghul kopf des dämons und herr über die league of assassins tja wie schön für dich lass batman frei und wir geben dir das geheimnis der unsterblichkeit tu es nicht talia dann kann ihn keiner aufhalten was das heißt sie sagt die wahrheit unsterblich sind wir im geschäft nein ach halt's maul ja nach dir teuerste wir gaben dir diese chance batman jetzt folge deinem herzen jetzt hättest du in die hose gehen können ne hier ging's dann nämlich wieder los du hättest sie gießen sollen du hast gesagt du würdest sie gießen nö finde ich ist nicht random weil du musst du bedenken danke für den spoiler übrigens dass talia in Gotham Knights vorkommt aber es macht ja Sinn dass sie vorkommt ich mein ras al ghul ist ja auch da ich sollte dich töten gut kein kuss ich bin irgendwie enttäuscht sofort nö nicht immer hängt von den comics ab und bei arrow war es ja auch anders da war es ja dann eher nissa die dagegen ging hängt halt auch von den comics ab die man liest ne hängt halt auch von den comics ab ich probiere wieder ein reiztusen gleich mal als ich merke es zu betrunken ab bei einem sprechen dann pack mich dann pack mich was geht es ab in den trichur oder ich hätte ja jetzt gesagt ja vielleicht meint der bruce wane aber das war ja batman weil ähm wir konnten das ja nicht wissen dass er wohin so rum ich höre ich hab so viel reiztusen kann was ist denn das mal meldung machen tiger zentrale wir sind in sektor 2 wir werden angegriffen der tresorraum wurde beschädigt wir vermuten dass poison ivy hinter dem angriff steckt hände bestätigt er richtet an den schutzbereich sichern den eingang und mal hallo sonnen hallo ok reicht ich habe special combo gemacht und der ist halt abgelassen muss ich mir verarschen ich hatte diesen hier gemacht brav ups ich habe vergessen abzuwarten was sie sagt egal er kennt es ja da sind ivys ranken und da ist das lager gute arbeit rotschopf zeit da rein zu gehen